Was geht ab, Friends? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Still Waits the Deep. Ja, letzte Episode war sehr, sehr intensiv, muss ich schon sagen. Aufbereitungsanlage. Ach du heiliges, ich freue mich, dass ihr umbraumelt. War sehr, sehr intensiv, sehr viel Horrorfaktor. Wir wurden die ganze Zeit von diesen mutierten Menschen gejagt und es war echt kein Spaß. Man hört es ja immer noch schreien. Jetzt ist unsere Aufgabe, leitet das Gas der Fackel um, denn ansonsten wird die ganze Bohrinsel nämlich in die Luft gesprennt. Die wird es dann komplett verreißen. Diese Geräusche sind so ekelhaft. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Oh Gott, er ist da unten, er ist da unten. Ja, fängt schon gut an die Episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut, Freunde. Und ich freue mich unglaublich, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Für die weitere... Oh! Wuh! Alter, das war krass. Das war ganz knapp. Ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode. Was sollen wir das bringen? Ah, keine Lust. Ihr wisst doch, wie das ist. Ich schaue mir die Dinger noch nie in Ruhe an. Ähm, das Tier aufmachen. Und aufzugreifen. Doch, ich muss ja auch. Ist halt dumm, da kommen wir zu Adair, oder wie der heißt. Der Mutant. Was soll das? Oh oh. Nein. Fuck. Fuck. Muss ich irgendwas tun? Okay. Ich gelang in Adair vorbei zum Gas und Leitventil. Alles klar. Fuck, ich steuere. Und zwar. Wo ist Nadair? Okay, ich glaube, er kommt. Oh mein, ist er da. Nein. Ah, over there. Smart. All Chopin. Wo ist das eine Dinger? Oh nein. Oh. 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 Aber, um zu deinem eigenen Zeit, mein Cleary. Auf mein Tag. Okay, okay, okay. Let's see you. I'm out to move, Laufmann, was I? Kaz, was happening? Are you all right? Oh Gott, da ist er immer direkt neben mir. Wo ist er denn? Okay, ist dahinten. Items sind immer gut. Ja wie geht's euch, Freunde? Erzählt mal. Schaltet mal in die Kommentare, wie war so euer Tag? Wie war euer Wochenende? So, seid ihr gut in die Woche gekommen? Hat alles geklappt? Ich hoffe doch. Okay, das war gut. Kaz, ich kann sehen, dass die Fee's switchen hier. Ich bin froh, dass du okay bist. Ich habe den Igniter geöffnet. Gib es einen Setzen. Ich kann nicht sehen was. Natürlich kann man nicht, weil ich weiß, dass das Glück ist. Ich bin froh, Kaz. Ich brauche dir, dass du es selbst machen kannst. Es ist zu gefährlich, dass du ihn wegst. Es ist zu gefährlich, dass du ihn wegst. Du musst nach der Strecke gehen und den Releiter wieder benutzen. Ah, Witzboot. Ah, Witzboot. Will der mich komplett... Ich soll da jetzt hingehen und diese Fackel manuell wegmachen. Okay. Alles klar. Ich habe hier sonst nichts zu tun, ne? Ist ja sonst langweilig auf dieser Boa-Insel. Wenn es sonst nichts ist, dann gehen wir da jetzt drauf. Bin juckt's. Ist bestimmt nicht gefährlich oder so. Was ist das jetzt? Oh Gott, es kommt, es kommt, es kommt. Mach das weg, mach das weg. Oh mein Gott, es ist so nah. Oh Gott. Kacke. Oh, ich hasse sowas. Okay. Nochmal. Au. Oh, ich hasse sowas. Oh Gott, er ist so nah. Das ist nicht fair. Ach, ach. Ach! Oh, oh, oh. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Boah, ist hier dann das Finale? Wird er jetzt hier in die Luft gespenkt, oder was? Okay. Werfen, oder? Boah. Wir haben ihn erwischt. Aber auch uns, glaube ich. Da ist er! Das war der Abgang. Okay. Den Mistkerl sind wir auf jeden Fall los. Ich glaube, dass das hier bald Schluss ist. Ja, was soll ich machen, Bruder? Bewegt mich doch schon. Was ist mit dem? Oh Gott. Oh Gott. Geh his peace, Suze. Oh, I'm sorry, love. Am I being difficult? I'm just trying to pick up the pieces of your mess. Hey, wouldn't he let it go, okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man. You are shitting me, MacLeary. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger boys than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Barlindy and they just take it away. Listen, Suze, come on. No, no, you just shut it, MacLeary. You sit your arse down and you just listen to me. How can we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. And I will not, I will not let you drag those girls down. Just sort this. Whatever you have to do, I don't care. Just sort this or I will leave you. You understand? Suze, look, I'm really sorry. I can't. Just enough. Okay, just get out. I'm sorry, I'm trying not to put anyone else in the hospital today, yeah? That might make a nice change for you. Wo sind wir? Ach, du heiliges. Oh, wir sind übelst niedrig. Ich bin da im Weg zurück. Das kann man sein. Wie toll, wie das aussieht. Die Bonzo ist zum Scheitern verurteilt. Ich denke, das ist uns allen klar. Gott. Ich bin so gespannt, wie das Spiel endet. Das ist so ekelhaft, Mann. Das sind so Sehnen und so. Das ist so ekelhaft, Mann. Das ist fucking stuffed into me. Oh, mein Gott. Das ist so ekelhaft. Oh, mein Gott. Alter, der ist übelst erschrocken. Ha. Jetzt haben wir es angezogen. Jetzt kann ich wieder schneller laufen, endlich. Ich habe einen riesen Schreck bekommen. Oh, mein Gott. Also, jetzt ist wirklich die gesamte Bohrinsel gefallen. Also, jetzt gibt es hier wirklich... Also, jetzt ist wirklich Schluss hier. Die ganze Bohrinsel ist befallen von diesem... Von dem, was wir... Was wir auch immer aufgeweckt haben. In den tiefen des Beers. Oh, das ist ein Zettel. Brody, wenn du das liest, komm zum Maschinendeck. Ich habe meinen Teil getan. Hoffentlich funktioniert dein Plan. Das ist unsere letzte Chance. F. Schaut mal. Ihr erinnert euch an die erste Episode? Der Typ, der da in diesem U-Boot da drin war? Jetzt wissen wir, was hier passiert ist. Der hat es da unten schon direkt reinbekommen. Boah. Deswegen hat er auch so geschrien. Weil er da wahrscheinlich gerade befallen war. Oder befallen wurde, wie sagt man am besten. Krank. Eingang Maschinendeck. Alles klar. Boah. Boah, es ist heavy. Es wackelt alles. Durchziehen. Durchziehen. Wieder ein Brief. Finlay. Ich komme nicht durch. Das Maschinendeck ist voller Öl. Wir können das schaffen. Ich gebe nicht auf. Wir finden einen Weg hinaus. Wir haben Chaos verloren. Aber wir finden eine Lösung. Mach keine Dummheiten. Brody. Die denken, dass ich tot bin. Oh nein, bitte nicht drauf. Was war das? Die Leute denken, dass es tot wird. Kann das sein? Ich springte doch schon. Hi. Jesus Christ. Cleary. Wie in der Fall sind Sie nicht tot? Ich dachte, ich war es. Sie sind fit, um Hilfe zu helfen? Christoph, kann alles helfen. Nein, wir können uns nicht mehr helfen. Aye, wir können uns loslegen. Wir können uns gut, wie wir uns Zeit haben. Vielleicht genug. Wir wissen, wenn jemand kommt. Wir sind auf Radio für heute. So, aye, ich hoffe, so. Finlay. Gut. Let's get at es. Ich habe gedacht. Aye, aye. Es ist ein Warton, Greeting Miracle. Ist er wir das oder nicht? Aye. Wir flogen die RIG. Ich werde nach unten und verleicht den Tension Cable. Hopefully we balance out, maybe end up higher in the water. I'll need you both at Marine Control. It's Roy. Can anyone hear me? And I'm stuck up. It hits a fucking hot on the accommodation roof. I don't know how long I can last with our insulin. He's up on the roof. I have to get him. Is anybody out there? You have to get to Marine Control with Finland. Please. It's a two-man job and we don't have much time. You think Roy does? Can't he just leave him? I promised I'd get him home. Ah, let him go. Fine. If you want to go, go. But this place is filling up with gas and oil from the drill to the derrick. God knows where else it's leaking to. I can't recommend it. I know, Brody. But I'm going. I have to. Engineering's your only path up there and it's flooded, so you'll have to swim. It's a long way. Plan each step. And if you're underwater, stay calm. Oh, aye. That's exactly how that'll go. Enough. You both know what you're doing. So let's go. Oh, nein. Tauchen. I'm coming, Roy. I'll find you. Oh, God. Oh, God. Okay, it's going on. Ich hasse es. Ich hasse es. Tauchen in Horror Games ist das Schlimmste, weil du weißt nie, was da... Oh, God. Ja, okay. Ah, Lord. Ich muss jetzt hier rein. Ach, du heiliges. Wo müssen wir hin? Alter. Ich bin stuck. Okay, warte mal. Wir gehen nochmal hoch. Wo muss ich bitte hintauchen? Wechselt vielleicht, ja? Ja, es kann so einfach sein. Auch gegen die Strömung. Oh, mein Gott. Wie soll ich das schaffen? Ah. Was? Halte unter Wasser gedrückt und drücke dann lang auf. Was? Rechts gedrückt. Und dann? Ah, okay. Okay, ich hab's gecheckt. Das ist jetzt vielleicht mein Tod, aber... Oh, nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Oh. Okay, jetzt hab ich's aber gecheckt. Festhalten, Leertaste draufbleiben. Ey. Was ist denn jetzt los? Ich find die Mechanics ein bisschen komisch in mir. Teilweise. Also, so manche Sachen sind ein bisschen merkwürdig. Alles okay. Okay. So, jetzt wissen wir, wie es geht. Einmal raus hier. Und... rein. Exit. Was passiert hier? Okay, ich sammle nochmal Luft. Okay. Und jetzt geht's rein. Okay. Festhalten. Ah, okay. Hier geht's auch so. Und springen. Und... Jetzt hier festhalten. Und... Sprung an die Treppe. Jawohl. Ja, in die Leiter. Okay, stark. Hier ist überall Blut. Das gefällt mir nicht. Und... 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 Wieder rein. Die Brut. Und... Wieder rein. Okay. Schnell ich mir hier raus. Dankeschön. Ah. Boah, das ist fast wie in Resident Evil 2. Wo du dann in dieser Kanalisation bist. Und dann dieses Krokodil kommt. Halt, das ist so krank, die Szene. Boah, fast runtergefallen. Und hoch. Und hoch. Und rüber. Und hoch. Perfekt. Sag bloß. Okay, wir folgen jetzt diesem gelben Kabel. Ich glaube, das soll der Hinweis sein, dass wir hier lang müssen. Einfach dem gelben Kabel folgen. Okay. Das ging einfach. Ich will einfach noch raus hier. Vorher wieder tauchen. Das wäre ja mein Albtraum, gell. Also wenn das jetzt so in real life mir passieren würde. Das wäre mein Albtraum. Vor allem man sieht halt fast gar nichts. Oh Gott. Oh, schieße. Schneller. Hoch, 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 hoch. Boah, war das close. Das war ja so eine knappe Nummer gerade. Heiliges. Okay. Darüber jumpen, hm? Ganz, ganz, ganz ruhig. Ich finde es ganz geil. Moment mal kurz. Ah, okay. Boah, da musste ich doch einmal kurz nichts machen. Ich finde es ganz geil, dass die Sachen so gelb markiert sind. Dass man dann ungefähr immer so eine Richtung weiß. Aber es ist auch wichtig bei dem Spiel, weil, oha, wie sollte man da sonst eine Orientierung haben, wenn du nicht irgendwie so gut gefahren hast. Oh, sprung. Oh, sprung. Oh, sprung. Büsst du mich echt komplett. Junge. Bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Ey, was ne Kacke. Ich bin so tief gefallen. Hä, ich hab vor allem linke Maustaste gedrückt. Das ist ja der Witz. Oh, schieße. Schau mal, wie tief wir waren. Warte mal. Das Wasser steigt. Ne. Oder doch? Doch, das Wasser steigt. Wir sind mit Absicht runtergefallen. Das ist... Das muss mit Absicht gewesen sein. Ich hab doch gedrückt gehabt. Zum Wohnbereich. Holen wir jetzt Roadie oder wie der heißt. Den mag ich. Der ist der coolste. Und die Frau. Wie heißt die Frau nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Durchquere das... Was? Okay, wärme dich auf erstmal. Äh, Heizung. Ich weiß nicht. Ich find das ja eine coole Idee mit diesem Aufwärmen. Aber ist das... I don't know. Das ist doch eher so ein bisschen Zeit zu schämpfen. Das ist doch echt. Oh, komm mal, Leute. Komm mal, wir halten es zusammen. Oh, Gott. Ich weiß nicht. Es ist ja ganz witzig, aber... Es hat ja gereicht, wenn man es einmal machen muss. Enough waiting around. Wir langen aufs Dach. Ist schon alles ganz schief. Seht ihr das? Das ist alles im Eimer hier. Gehen wir denn jetzt lang? Ich hätte gesagt, wir gehen da lang. Oh, Gott. Oh, Gott. Come on, Dr. Wade. Oh, ja, come on. Es ist so ekelhaft. Oh. Das ist ja der Typ, den wir so schreien gehört haben am Anfang. Ich glaub, erste oder zweite Episode war das. Ihr erinnert euch? Okay, das ist so heftig, wie einfach inzwischen alles befallen ist. Was ist das denn? Oh. Äh. Flambo jetzt nicht lesen. Ah, hier. Es ist so ekelhaft einfach. Stell euch mal vor, sowas passiert in Wirklichkeit. Was würdet ihr machen? Das ist ja richtig feuer. Oh, Jesus. Oh, Jesus. F***er Pferd. Oh, schaut mal. Vor allem seine Augen bewegen sich halt noch. Es ist so krank. Okay, ich muss hier durch, oder was? F***. Was war das? Ja, ich wüsste gar nicht. Was hier war ja. Da ist, das, glaube ich, aufgewacht oder so. Ich bin auch ganz froh, dass man keine Batterien für die Taschenlampe immer wieder suchen muss. Wie bei Outlast oder so. Und dass sie einfach immer durchleuchtet. Die spackt zwar manchmal ein bisschen ab, aber sie funktioniert. Und das ist doch das Wichtigste. Und ich dachte, ich hab meine Ruhe. F***er Pferd. F***er Pferd. F***er Pferd. F***er Pferd. Dann hast du den runtergefallen. No way. Nein. Oh, Jesus. F***er Pferd. Nee, warte mal. Das ist ja gar nicht. Boah, ist das eklig. Der hat noch so sein Gedärm in der Hand. Ah, nee, nee. Alles cool. Ich dachte kurz, dass das Ding... ...dass das unser Bruder ist. Der in der Kantine war. Aber das ist ja gar nicht. Ich will doch einfach nur nach Hause. Und zu meiner Frau und zu meinen Kindern. F***er Pferd. Ah! Boah, das ist abartig. Ekelhaft. What the hell? How did they get like that? Christ. The Trots do this. Oh. Es ist so eklig. Wozu soll ich... Oh, nee. Geht's jetzt wieder los, oder was? Oh! Okay. Geht das auf? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sieht man richtig das Ausmaß, was hier passiert ist. Es ist so abartig. Öffne mir. Geh nack. Oh mein Gott. Jesus. Es ist halt so... Es ist halt so brutal. Ist das der Typ, den wir ganz am Anfang in der Dusche gesehen haben? I don't know. Ich weiß nicht, ob du kalt bist. Ich rieche mich auf. Okay. Ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Ist es okay? Lass es sein. 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 Bitte. Oh. Äh. Ähm. Okay. Ist das mein Zimmer gewesen? Nee. Da sieht hier alles ganz und gar nicht gut aus. Umschau. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit hier drin. Ich glaube, hier ist bald Schluss. So wie das hier aussieht. Hä? Wo muss ich denn hin? Ich glaube, hier ist echt bald Schluss, Mann. Hatta. So wie das hier aussieht. Hier waren wir drin. Okay, dann können wir jetzt zu Roy gehen. Ich hoffe, Roy geht es noch gut, gell? Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Aber dir ist nicht mitzuhelfen. Seht ihr das? Seht ihr das? Diese Aura immer so um uns rum? Ich glaube, dass es kurz davor ist, dass es uns auch betrifft. Dass wir auch gefallen sind. Irgendwie dieses glänzende Gesicht von mir, weil ich mich eingekrebt habe. Also, es geht nicht mitzuhelfen. Ende. Alter. Das ist krank. Schaut mal, wie hoch das geht. Nein. Wir haben noch das Inzulium. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Sie lief dich, mein Mann. Sie lief dich wirklich. So haben wir die Mädels. Was haben wir zu sagen? Sorry, mein Uncle Roy ist nicht mehr gekommen. Ja, ich weiß, ich und Oli, ich liebe diesen kleinen Mann, du hörst du mich? Ich liebe ihn. Wow. Oh, forfumt. Ich war für den Quatsch, der Mann. Wer ist das? Es ist Finlay, Kaz. Du hast es gut. Look, Kaz, das war's auf die Admin. So, wie kann ich nicht auf die Marine-Control kommen? Du musst versuchen, da zu kommen, wo du bist. All right? Jesus. Aye. Das Englisch-Bastard besser kommen, oder? Du kannst nicht stay in das Hut für immer, oder? Kaz? 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 Er ist noch da? Und wenn du nicht schiefst, dann sagst du was. Du kannst ihn mit uns? Lass ihn auf. Ich werde ihn auf. Kaz? Für die Scheisse, was passiert? Nein, er ist noch nicht. Oh, Jesus. Kaz? Du hast ihn nicht gemacht? Oh, es ist zu lang. Oh, fuck. Ich bin sorry, Kaz. Nein. We all loved the big man, eh? I'll let him do it. He was relying on me. No, no. No, you did everything you could. You went back for him. None of this is your fault. There's no anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but we need your help here. We're all fucking good doing otherwise. Aye. I want half this fucking wreck. Okay. Good. Then you need to find a way across the deck. Get to the marine control room. Call me when you get there. And I'll talk you through it. Right? Hey. Hey. Okay. Okay. The fucking thing is locked. Ich weiß halt nicht, wie die das rausschaffen wollen. Da muss ja Hilfe kommen. Anders geht es ja gar nicht. Da muss uns irgendjemand Externes helfen. Boah. Halt dich gut fest. Oh mein Gott. Wie hoch das geht. Das wird auf die ganze Welt zerstören. Oder nicht? Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh Gott, oh Gott. Ist denn das Gefühl, dass... Nee, oder? Boah. Ich finde das wie übel. Schaut mal, wie das aussieht. Schaut mal, wie das aussieht. Also das sieht nicht so aus, als könnte man es... Oh Gott. Oh. Also auf mich wirkt es nicht so, als könnte man das irgendwie noch stoppen. Ist wie so ein Virus, was sich ausgebreitet hat. Ich glaube, das war's. Ich habe es nicht gesehen. Sorry Leute. Ich habe es nicht gesehen. Es war so dunkel, ich hätte das Licht anmachen müssen. Ah cool, dass man direkt wieder hier ist. Easy, easy, easy. Easy. Easy, 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 easy. Motivation näher aus. Jesus fuck. Roper. Oh Gott. Er bewegt sich noch. Nice and slow. It's alright. I just need to make a call. Yeah? Hey. Here we go. Finley. Finley. I'm at Marine Control. I'm there. I'm not alone. Fuck. Is it that bastard, Eric? No, no. Jesus. Jesus. It's, it's Roper. He's all messed up. Cass, listen to me. Alright, listen. Alright. We need to keep it together. Alright, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find the ballast operations panel. There'll be a switch there to put it into manual control. You flip that switch. Go do that. And then I'll talk you through the next part. We alright? Aye, alright. I'll look for it. Okay. Go do that. Of course. It's alright, pal. Here we go. I'll look after this now, alright? Ready. Keep. Keep. Away. So kann man hier rein. Die Typ hat's halt so mies erwischt, gell? Verdammt. Tut mir so leid. Diese arme Sau. Okay. Ist das gut? Okay, Finley anrufen. Okay. Switches in manual. What's next? Now you flood the formal pontoon and I mean flood it to the fucking brim. Hold on a minute. The pontoons are already fucked full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he no down there? He'll be out of the air by now. He's done his part. Yeah, we just have to do it all. Right? Alright. He's coming from me. I can't move. Away. What was that? It's Roper. Never mind him. Flooding the former pontoon. Hey, hey, hang on. Okay. Flute the former pontons. Ähm, let's do that. Na, let's do it. Ach, das hat auch wieder... Na, let's do it. Right. Back to Finley. Okay. Ich hab das Gefühl, dass der uns noch Probleme machen wird. Alright, that's done. Now what? That's it. Come on. Come on. Come on, water. Let's move. Better work. Fucking aye. See? Oh, thank Christ, Finley. What now? Brody's got a plan. Meet us in drill ops as soon as you can. Okay, I'll meet you there. We're gonna be alright, cuz. I fucking hope so. Triffst du mit Finley? Oh! Oh, mein Gott! Oh! Lass es. Triffst du mit Finley in der Bohrsteuer rum? Holy shiesel. Hab ich mich gerade erschrocken. Was ist jetzt los? Shit. What do you got here? You're gone for the fuck's sake! What is wrong with you now? Fuck! Am I losing my mind? Yup. Waste on the floor. Excellence. Okay. No, 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 no! God. Ich seh halt gar nichts, gell. Boah, ist das die Stirn. Okay, da können wir hoch. Das Film. Lass mich hoch. Jetzt werden wir überall angegriffen. Jetzt ist es wirklich soweit. Das alles meint ist das. Scheit! Was ist denn das die ganze Zeit? Nein. Nein, 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 nein. Boah, ich schaff's nicht rechtzeitig. Oh nein. Schneller, schneller, schneller. Hier wird alles geflutet. Die Tür offen. Äh, da lang? Scheit! Okay, es flutet sich noch weiter. Also das ist richtiger Horror, den wir hier durchleben. Und das nicht nur wegen irgendwelchen Monstern, sondern auch wegen der ganzen Situation. So muss es sich angefühlt haben in der Titanic. Das ist ja nur eine Möglichkeit, um kurz zu atmen. Okay, dann muss es hier weitergehen. Ach du meinst. Oh, ist der Arm groß. Ja, 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 wir haben es nicht geschafft. Oh Gott. Alter! Schau mal das Gesicht an. Okay, das ist... Okay, das ist krank. Hey, wir sind mittendrin. Oh, schiesel. Schnell hoch. Okay. Das ist wirklich ein Albtraum. Vor allem für Leute, die so Klostrophobie haben und Thalassophobie und so. Hier geht alles ein. Hier geht alles kaputt gerade. Oh Gott. Was passiert da? Ich glaube, wir verlieren den Verstand. Ich glaube wirklich, wir verlieren den Verstand. Ja. Ich renne einfach mal hinter uns rum. Nichts. Oh Gott, das ist so schlimm. Weil man einfach nichts sieht. Das ist so schlimm. Oh. Hey, yo. Aufhören. Aufhören. Ich finde es den ganzen Tag schlimm. Aufhören. Es ist auf einmal so ruhig. Junge, Junge Eieieiei, wir haben es gerade noch geschafft Oh mein Gott, das ist er wieder Das ist Renek, der Miese Oh Gott, okay, wir schaffen das, wir schaffen das Schneller, schneller, schneller Oh Gott, das war es wieder Nein Doch, du wirst sterben, es ist einfach so Es ist einfach so, ich werde nichts dagegen unternehmen Du hast mich gefeuert, du hast mir keine einzige Chance gegeben Jetzt hast du versucht, mich zu killen Jesus, Jesus, das war... Junge, wie er ihm noch gibt Ich will hier einfach raus Bohrsteuerung, komm schon Lass es endlich von hier verschwinden, verdammt Ist okay Was ist das hier los? Hallo? Kaz, du hast es geschafft Brody Was ist falsch mit Finlay? Sie ist erschrocken hier Listen, Kaz There's no much time There's oil and gas getting in here When it fills It will be headed right up the drill pipe What are you on about? I'm still in the pontoons I've only got a couple of minutes I cannae stop it The rig's a time bomb now You understand? One spark and You need to find a way off Just get back up here and we'll work it out, yeah? I cannae do that What? I can't get back up No, wait I'm sorry Wait, listen You're on your own now I'll come to you Alright? No, you won't You won't even get halfway to me The legs flooded and the gas It's no possible You got your dive gear? Aye So you can use that? It's oil, Kaz There's nothing to be done I didn't fucking say that I knew the risk when I came down here Fuck Can I lose you as well? Listen, I'm alright, Kaz I'm I'm already back on Skye Have you ever seen water like that? It is clear Peaceful Oh, man, that's true You just let go And Everything's fine Aye That sounds beautiful You go one day If I'm alright Oh, fuck that I'm never swimming again after this Kaz You and Finlay You can do this Alright? I'm sure she won't do something so stupid Brody You there? Kaz What's stupid? Talk to me It's getting higher I'm not going here, Brody I'm not going anywhere Alright, I'm here Get him Brody Oh, fuck Brody Brody Jesus Brody 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 How is this happening? Are you there now, Finlay? Das nicht fucking matter. Er ist nicht wahr. Er war immer zu sterben. Always. Wir sehen das. Wir waren mit Lecki und Pontoons. Und wir waren in der Welt. Wir waren mit unseren Palsen. Wir haben niemals... Wir haben niemals versucht, wir haben heute versucht, was zu tun. Wir haben alles gut gemacht. Oh nein, die sprengt uns in die Luft. Halte Fenley auf, aber man kann halt nicht sprinten. Oh Gott. Das wird ganz super sein, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sprinten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte. Chill. Ach, stop fast. Jetzt kann ich sprechen. Die will uns in die Luft sprengen. Die hat... Sie sieht da keinen Sinn mehr in irgendeinem. Gar nichts mehr. Die wird es einfach benden. Oh Gott. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin hier, hier. Ich bin hier, hier. Wo ist es, wenn du hier bist? Wenn du hier bist? Wer bin ich hier? Wenn du hier bist? Ich höre meine Frau. Ich möchte nur zurückkommen zu Finlay. Und zu meinen Weeds. Ich höre meine Frau. Wenn ich hier war, weiß ich. Ich höre ihn. 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 Ich höre ihn wieder. Es muss ein Schiff kommen. Du hast es selbst gesagt. Wir wollen ihn nicht kommen. Oh, Jesus! Entschuldigung, Frau. Ich weiß nicht, Frau. Ich weiß nicht, Frau. Wir werden es, Frau. Was bedeutet das? Wir können zurückkommen. Wir können zurückkommen. Wir können zurückkommen. Wir können zurückkommen. Wir können nicht losgehen. Wir können nicht losgehen. Wir müssen die Leben langer sein. Wir sind in unserer Welt. Wir sind in der Welt. Wir können uns selbst, wir sind und wir können ihn. Wir können ihn in der Welt retten. Du willst es in der Welt sein? Oh Gott, der Schreie ist... Oh Gott, der Schreie ist... Alles klar? Alles klar? Alles klar... Von ihm... Oh Gott... Oh Gott... Alter, sie wurde ja übel krank eingequetscht... Okay... Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht schauen... Wir müssen es beenden... Aber stellt euch mal vor... Wenn das aufs Festland kommt... Wie sie gerade schon gesagt hat... Dann war es das mit der Menschheit... Dieses alienartige Teil... Ja, wir müssen es tun... Stellt euch mal vor... So was würde in Wirklichkeit passieren, dass so eine Alien-Form ganz tief im Ozean auf einmal aufgeweckt wird und dann so was passiert. Es ist so riesig. Ne, wir hatten wirklich nie eine Chance. Schau dir das mal an, wie groß das geworden ist. Da ist der Bohrer drin, seht ihr das? Das ist das, was es verursacht hat. Sorry, süß. Oh Gott. So... So, sorry. Ich bin bereit. So, was das passiert? Ich weiß nicht, was du? Na, sorry, love, you know me. You could say that. It's been a long time, though, Kaz. Oh, Susan Lafferty. Fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading it about your face. Oh, with a big man a drink. Jesus, Kaz. Because I really want to be thinking about Roy right now. Jesus. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love Cameron McCleary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Sookie-jump. I do, though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Dude, that Bampo. Oh, you're not so bad yourself, all things considered. Marry me. What? I'm serious. Marry me. I'll make beautiful wings. I want to spend my whole life with you. She's perfect. She looks just like you. Thank God for that. She's got your eyes, though. My dad's eyes. I'm sorry, cuz. I know you'd have wanted him to meet her. Nah, fucking... The bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? You love Jenny's way, Kaz. I'll never leave you, Suze. I'll be at your side forever. And I'm always going to be here for this, Wayne. Wow. Wir sind zu Hause. Das sind wir. So sehen wir aus. Das ist sie. Unsere Kinder. Bilder, die unsere Kinder gezeichnet haben. Das ist quasi so, wie es begonnen hat. Hey, Cass. Ich bin sorry, es ist so schwer. Ich wollte dir das, das zu sagen, dass wir es durchführen können. Ich weiß, wir werden. Ich mache dir das, und bringe meinen schönen, großartigen Mann zurück nach Hause in einem Ort, okay? Ich liebe dich, und ich liebe dich. Und die Kinder lieben, und ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, aber er ist ein guter Mann, und ich weiß, dass er nach uns kommt. Whatever passiert, wir werden uns gut. Wir können das. Ich wollte nur sagen, das zu ihr, Cass. Um sich zu halten, um sich zu halten, um sich zu verstehen, um zu kommen zu uns. Ich liebe dich, Cameron MacLeary. Be safe out there on those waters. My man. My love. Freunde, das war. Still wakes. Das ist die. Ey, war cool. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. War ein cooles Game. Von der Länge her fand ich es eigentlich auch perfekt. Also, ja, man. Ich freue mich wieder riesig. Schön, dass ihr dabei wart, Freunde. Schön, dass ihr Teil dieser Reise wart. Dieses Spiels. Es hat echt Laune gemacht. Es war cool. Hat mich wieder sehr erschrocken. Ich bin schon super gespannt, was das nächste Game wird nächste Woche am Montag. Ich weiß es jetzt noch gar nicht. Das werden wir sehen. So viel dazu. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, Friends. Das war es mit diesem Let's Play. Schreibt sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Hat es euch gefallen? Fandet ihr es cool? Lasst mich euch unten sehr gerne wissen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann am Mittwoch mit einem weiteren Video. Und am Samstag mit einem weiteren Video. Und am Montag mit einem neuen Horror Game. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt auch sehr gerne Wünsche rein. Spielewünsche sehr gerne unten reinschreiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Schreibtisch. 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 Amen. 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 Amen.